Untertitelung des ZDF, 2020 Aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen nicht jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten. Ein zweiter Infakt wird sie nicht überstehen. Und das hier? Mama soll ihr Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat, ja? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Auf tapfer 79 Quadratmetern. Die DDR lebt weiter. Auf Weltniveau. Ich will kein falsches Wort hören. Wie ist das mit den 20 Mark? Erst die Arbeit. Es hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ach Alex, ich habe so einen Heißhunger auf Spreewald gucken. Auf Spreewald gucken? Mensch Junge, wo lebst du denn? Wir haben jetzt die D-Mark. So weit haben die uns schon, dass wir im Müll rumfischen müssen. Die sind ja auch gut. Was ist eigentlich passiert in den acht Monaten, die ich verschlafen habe? Guten Appetit und vielen Dank, dass Sie sich für Burger King entschieden haben. Du musst es deine Mutter sagen! Als ob die scheiß Gruppen noch nicht genug wären. Jetzt will sie auch noch fernsehen. Ja. Zwei, eins, Berlin. Auf einer Historie hat Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste der Einreise der Zufluchtsuchenden BRD-Bürgern zugestimmt. Mama, du bist die beste Mutter der Welt und wir lieben dich alle. Alex? Was ist denn? Was ist denn das? Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also... Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?